Wir sind mit Yves Champagne auf dem Hamburger Berg und werden jetzt unser legendäres Assoziationsspiel spielen, was wir nämlich exakt das erste Mal machen. Genau, das erste Wort ist Kiez. Kiez, Rotlicht, Olivia, Transe, Wanderschuhe, Freiheit, Blümchensex, Langweilig, Polen, Heimat, und Rum, Rum, eine sehr komplexe, leckere Spirituose, die ich mir gerne hinter die Binde kippe, so wie mein Vater, alter Seefahrer, es auch gerne tut. Sehr gut. Kuma, Liebke, und Rum hinter die Kippe, andersrum, nach Togtot, Schief Champagne. Bei uns, wir freuen uns. Wir binden uns rum in die Kippe, finde ich auch gut.